Manchen ist einfach nicht zu kalt. Während die meisten die momentanen Außentemperaturen schon trotz dicken Mantel, Schal und Handschuh lediglich als suboptimal erscheinen, stürzen sich andere am Neujahrstag in die Fluten. Anschließend gab es allerdings in Form einer Geldspende einen wahrhaben, warmen Segen für die Wasserwacht. Dremdungslager für die Kommunalpolitik. Das hat der nicht vergessen. Das ist seine zweite Frage. Vielen Dank.